so meine papiere habe ich ich sag mal einen preis bekomme ich dafür aber auch nicht so wie ich hier eingeparkt habe naja aber es gibt schlimmeres und damit einen wunderschönen guten morgen zusammen ich weiß es ist lange her dass ihr was von mir gesehen habt aber es gibt halt so momente wo man nicht unbedingt lust hat zum aufnehmen aber sicher es geht wieder weiter und wir haben hier bei ikea altverpackungen geladen und die bringen wir auf die insel ja ihr habt richtig gehört es geht mal wieder nach england was bei den kollegen los ist weiß ich so überhaupt nicht weil ich habe mich mal so eine ganze weile jetzt mit ets so überhaupt nicht beschäftigt aber ich denke mal ihr werdet ja bei den kollegen geguckt haben und seit dessen halb auch im bilde was alles so passiert ist aber jetzt heißt es für uns erst mal ab auf die autobahn und kilometer machen raus aus hamburg und ab richtung insel das ist aber nicht von dir kollege das ist aber nicht von dir kollege das machen wir doch glatt das machen wir doch glatt das machen wir doch glatt und ja ich weiß die 141 ist draußen aber ihr kennt das spielchen ich bleibe jetzt erst mal noch auf der 141 bis dann auch die promods wieder mit da ist weil ansonsten ist es immer so ein bisschen blöd wenn du da inzwischen den maps hin und her wechselst und es gab jetzt ja auch auf der 141 jetzt für den singleplayer nichts wirklich bedeutendes wo man sagt okay das muss ich jetzt unbedingt haben und darum können wir denke ich mal auch noch warten bis dann die pro monst rauslisten oder weil ich habe ich ich So, weiter geht's. Aber der nächste Rastplatz wird erstmal unserer sein. Weil da muss ich mir nämlich erstmal noch was zu trinken holen. Weil ich habe nämlich aktuell nichts im LKW, worauf ich gerade so richtig Bock habe. Doch meistens dann für uns nächster Rastplatz raus. Und erstmal was holen, wo ich auch gerade mal so richtig Lust drauf habe. Ist jetzt auch wirklich das erste Mal, dass ich jetzt seit dem letzten Video wieder fahre. Ihr seht, also ich habe da wirklich mir mal eine längere Pause jetzt mal gegönnt. Und hier haben wir doch schon das, was wir wollen. Neu berechnen. Immer geradeaus. So, dann werde ich mal eben hier schnell rein huschen und mir was holen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. So, das packen wir mal in den Kühlschrank. Und würde ich sagen. Lass uns loslegen. Genau. Lass uns loslegen. Da kommt nichts. Na, ein leckeres Bockwurstbrötchen. Und einen schönen Kaffee später sind wir wieder unterwegs. Ja. 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 So schwer kann der Hubschrauber doch auch nicht sein, dass du so lahm aus der Pushen kommst hier. Ja. Für die, die jetzt erwarten, dass wir über Calais fahren, die muss ich enttäuschen. Wir fahren über Holland, den Europort. Weil es bietet sich mehr an. Weil von da aus können wir dann direkt rüber. Und haben es dann auch nicht mehr weit bis zu unserem Zielort. Verlägstow. Aber was ich mitbekommen habe, werden wir da wohl eventuell heute nicht mehr ankommen. Aber es hängt davon ab, wie wir durchkommen und ob wir die Fähre noch kriegen. Und der eine oder andere kann sich jetzt vielleicht fragen, wenn er eine Fähre kriegen muss, warum macht er denn noch so eine ausgiebige Pause? Weil ich es kann. Und hier bei MBT sind wir auch nicht auf der Flucht. Und haben da jetzt auch keine direkten Deadlines, wo es dann heißt, du musst bis dann und dann da sein. Klar müssen wir uns auch an die Lieferzeiten halten, wenn es gesagt wird, wir brauchen es bis spätestens dann und dann. Dann ist es auch da. Aber ich habe jetzt bei dieser Tour absolut keinen Zeitdruck. Und kann mir deswegen das halt auch erlauben, nochmal eine Bockwurstpause zu machen. Und da ist es ähnlich, dass wir das Thema in deniğinigen Zeitdruck hervorrund gemacht haben. Wenn wir jetzt mal wieder hinbekommen, können wir das Thema hinterher sein. Und wir können dass wir in der Karte gehen, wenn ich das Thema in der Karte komme. Was ich jetzt auch gar nicht so genau weiß was nach dieser england tour ansteht ob wir dann erst mal noch auf der insel bleiben oder ob es gleich wieder zurück geht da ist wieder das alte spiel melde dich wenn du leer bist ich meine es wäre schön wenn wir da gleich noch wieder was kriegen und ich noch wieder zumindest nach deutschland kommen oder zumindest wieder aus festland um es mal so zu sagen und wir haben jetzt heute donnerstag freitag ausliefern und wenn ich dann wieder ein bisschen hier noch fahren kann das wäre nicht schlecht aber da wird die disco bestimmt schon wieder was für mich haben wir warten jetzt halt nur drauf bis ich mich melde dass ich leer bin dann sollten wir die fähre heute nicht mehr bekommen dann gehe ich mal davon aus dass wir die morgen sehr sehr früh bekommen und ich dementsprechend auch noch genug zeit dann habe zum fahren das war so klar dass ich die beiden noch vor mir habe dafür ist vor mir auch einer mit geschmack er fährt auch mit neuen darf durch die gegend so ich so so ich so ich so ich so ich stelle ich mir unter anderem auch schon ein bisschen spannend vor. wenn wir jetzt unbedingt mit so einem lkw in den wald fahren, hätte ich jetzt auch nicht so die große lust zu. aber wir werden hier mal in holland runter gehen auf die 80. jetzt wundert sich der ein oder andere vielleicht, warum geht da jetzt ausgerechnet in holland runter auf die 80. ich habe hier mitbekommen, dass die... lassen wir den erstmal wieder vorbei. hier in den niederlanden sind die nämlich was blitzen angeht schon auf einem anderen level unterwegs wo in deutschland bis 89 geduldet wird. sind die hier in holland aber anders unterwegs. alter, was hast du für ein problem. und das mit dem tempel 80 hier ist noch nicht mal aus den fingern gesogen, sondern eine gute truck diary. der hatte das mal in einem seiner letzten videos erzählt gehabt. da ist wohl ein kollege von ihm zwei oder dreimal an einem tag in holland geblitzt worden. und darum fährt er in den niederlanden grundsätzlich 80. da ich ja der firma erst noch ein ticket beschert habe. muss ja nicht gleich sein, dass wir hier direkt das nächste abliefern. dann machen wir das lieber so, dass wir lieber ein bisschen langsamer fahren. dafür aber auf der sicheren seite sind und ich nicht noch ein knüllchen bekomme. weil irgendwann bekommt man dann das knüllchen, was das fast zum überlaufen bringt und ich dann erstmal fußgänger bin und das wäre für die firma äußerst unpraktisch. und ich denke mir nicht, dass marian mich dann sofort rausschmeißen würde, aber er wäre auch nicht hoch erfreut und würde auch nicht sagen, dann bist du halt jetzt mal die beide im beruf. weil ich meine das dann ja wenn wirklich ein lkw der ausfällt. bitte links halten. was ich allerdings auch noch mitbekommen hatte, der kollege jeff, beziehungsweise jeff, der hat auch mit videos angefangen. ich habe da mal kurz schon mal reingeguckt ins erste video. ich hole es noch nach jeff, also das werde ich definitiv noch tun. da könnt ihr dann auch noch mal jetzt so ein bisschen von der anderen seite das ganze auch noch mal mitbekommen. er ist ja auch für die mbt unterwegs. mit dem mann. und was ich bis jetzt so gesehen habe, ist schon sehr gut gemacht. wenn ich es nicht vergessen habe, habe ich ihn jetzt auch schon mit verlinkt. falls nicht, hole ich es auf jeden fall noch nach. ich denke mal so fahrzeugtechnisch ist am hafen denn auch schicht im schacht. außer wir kommen halt noch um die fähre. links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. immer geradeaus. ja den verein habe ich jetzt ja auch noch gebraucht. wobei ich jetzt hier nichts zu verbergen habe, ist alles im grünen bereich. aber wenn du da an einen gerätst, der wirklich gerade irgendwie einen schlechten tag hat, wenn der was finden will, der findet was. das ist alles. 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 Geh nächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Geh nächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wir haben es ja gleich geschafft. Geh nächst. Geh nächst. Geh nächst. Geh nächst. Neue Route finden Hello, I'm the ferry to Felixstow, later this day, okay, and when, okay, yeah, I'm parking and, okay, thank you. Wie ich mir schon gedacht habe, die Fähre ist erstmal schon weg, aber dann fährt wohl heute später noch eine. Wenn ich mich erstmal hier auf den Parkplatz stellen und er meldet sich dann, dann tun wir das doch mal. Stellen wir uns mal hier neben den Kollegen. Aber wir wollen eben hier nicht den Aufschlieger wegrammen hier. Darum holen wir lieber noch mal kurz ein bisschen weiter raus. Ja. 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 dann ist jetzt hier für uns erstmal schlicht im schacht ich werde mich jetzt hier hinten ein bisschen drauf legen und warten bis der kollege hier ankommt und klopft und bescheid sagt und wir sehen uns dann wieder wenn wir drüben angekommen sind auf der insel und ist dann von da und da weitergeht vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal